Also ich war begeistert, weil es ist was ein bisschen anders noch, es ist sehr, sehr innovativ, sehr viele gute Ideen. Das Essen war fantastisch, ganz sehr, sehr gut und die Getränke waren auch außergewöhnlich. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Was sollen wir lange reden? Wir gehen in den Gasthof Welten.